Äh, 24 Minuten noch, äh Sekunden. 24 Minuten? Ja, guck mal. Riesig. Dann könnt ihr euch richtig krass verstecken. Oh, jetzt mit Bande. Das ist wirklich nice. Oh! Die war gut. Geil rausgeschossen. Die war nice. Die war richtig schön. Aber die war lucky. Oh, drei kleine Brummen. Die hat viel Schönes. Vor allem beliebt bei den absolut hardcorigsten der Hardcore-PC-Gamer. Und wenn ich eins bin, dann Hardcore. Ich hab meinen Charakter noch mal im Ebenbild geschaffen, ja. Herbert von Hodensack. Und konnte dann so viel einstellen, ja. Ich musste einstellen, was in meiner Kindheit passiert ist. Was in meiner Jugend passiert ist. Wer meine Eltern sind. Wenn man das alles eingestellt hat, dann starte mal mit dem Tutorial. Wo ich natürlich meine absoluten Gamerskills rausgeholt habe. Okay, ich komm auch drauf. Oh, ich bin auch drauf. Ja, komm, Alter. Fick mich doch richtig weg, du Pister. Jetzt kommt die Busse. Nein, ja, komm. Also mit dem Ballon kannst du dich abkürzen. Ja, das finde ich schon mal hart beladen. Fuck, jetzt halt. Oh mein Gott. Easy. Easy ins Ziel. Junge. In einem. Einfach alles überholt. Jetzt wird die Frage in 5, 4, 3, 2, 1. Fangs geschlossen. Und das wäre Syrio Forel. Ja, sag ich doch. Ja, aus Bravos. Fuck. Klingt wie ein Fisch. Wow. Eine Forelle vielleicht. Getauscht. Das heißt, Bram ist jetzt der Fahrer. Christian der Ansager. Ich mach das. Ansonsten spielen wir Fangen. Ich glaub auch. Wir fangen durch. Ja, wenn ich ihm jetzt die Schlafmaske aufhabe, dann... Christian muss mich zwischendurch melden. Hey, hey, hey. Bram erst, Bram. Ich muss immer als Mikro schreien. Okay. Stolz dann. Nee, da kannst du ja gucken, wo die Leute sind, oder? Erst wenn du den gesehen hast, würde ich sagen. Ähm. Also nicht zu finden. Also nicht zu finden. Ich glaube, der hat was nicht benutzt. Ich weiß es aber nicht mehr. Okay. Oh. Ficker. Au. Uuuuh. Ah. Na, na, na. Oh. So, wir spielen das Spiel Mine into Mine. Das ist super. Mhm. Super. Das ist ein richtig gutes Spiel. Ich hoffe, es klappt. Das ist ein sehr gutes Game. Hier. Mein, mein, mein. Nein, das reicht nicht. Du bist, glaub ich, zu dick. Was wir benötigen, ist Geld. Macht. Und geile Bitches. Und wie bekommt man das am besten? Glaub ich, indem man eine Stadt besucht, oder? Wir können jetzt natürlich machen, was wir wollen. Easy AFK, ist weiter geworden. Oh mein Gott. Nein, grüßt ja dich auch. Das ist jetzt hart vorbelastend. Das ist jetzt hart vorbelastend. Hart vorbelastend. Wie geil war das denn jetzt, bitte? Das wird mal ganz... Wie genau willst du es denn haben? Das ist schon ziemlich detailliert. Das hat also dieser... Der Ort hat einen Namen. Der reicht mir halt. Valyrien. Das ist mir nah genug dran. Ja, das ist mir nah genug dran. Okay, erst Essos sagen, aber dann hätte ich mich wahrscheinlich mit dir gefetzt. Wie heißt das denn richtig? Das alte Valyrien. Oh, alt. Ja, das ist doch da. Das ist da, wo die... Leider falsch. Ich hab mein Field of Humor richtig an Anschlag geballert, damit man auch was sehen kann. Du bist jetzt Özil. Jetzt bin ich Özil, ja. Jetzt kann ich wirklich 180 Grad. Ich sehe, was hinter mir passiert. Oh mein Gott. Aber ich sehe nicht, dass Jay da ist. Nein. Aber du hast nicht gesehen, wie der letzte neben dir steht. Nein. Perfekt Timing, Jay. Das würde ich dir sogar ein extra Punkt geben. Das ist wirklich perfektes Timing gewesen. Ich sehe, was hinter mir passiert. Und tot. Fünf. Ja, aber dann musst du schon hochwerfen, das Ding. Ach, fick dich. Jetzt hier noch nachkorrigieren. Da bist du wohl nicht so cool. Der wirft den Sieg weg, ey. Aber ich bin cool. Ja, sei cool. Da muss die Banane jetzt aber schön hoch. Oh, oh, oh. Oh, oh. Nein! Oh mein Gott, jetzt! Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. 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 Oh, oh. Oh, oh. aber von den Älteren als von The Eldest. Das war ein fairer Kampf. Sie war innocent. Sie war unschuldig. Scheiße, auf Platzierung, ob ich gerade rückgehe oder nicht. Leute, lasst mich doch mal fahren. Lachs mit Ei, du bist so ein dreckiger Hurenpisser. Ich sehe einfach nichts mehr. Lachs mit Ei. Ich will gar nicht als erster rollen. Oh, Christian, warum? Oh mein Gott. Nice, Christian. Okay, Frage 14. Wie heißt das Schwert von Ned Stark? Stefan. Ein Stück rechts und geradeaus. Ja. Ich überlege gerade, ob wir Cookie stehen bleiben sollen. Kamer rückwärts. Rückwärts, rückwärts, rückwärts. Oh Gott. Einschlagen. Meine Uhr geht falsch. Was hat an dem Schild abgelesen, oder was? Nee, an der Uhr. Und nenn das Virus Pils mit. Scheißerei. Ja, ich finde die Nummer hier ziemlich makaber, um ehrlich zu sein. Aber es ist ja nur ein Spiel. Und deswegen wollen wir die Leute natürlich infizieren mit Jeder bleibt zu Hause. Also infizieren wir sie mit Langeweile. Wir nennen es Arschwasser. Das Bakterium. Wie nennen wir das denn? Jay... ...sche... ...Krank... ...Heit. Okay, das war nichts. Oh mein Gott, Christian! Nein! Good job, Christian! Oh mein Gott! Das Rad der Herrscher oder irgendwie sowas. Das könnte auch sein. Dieses immer wiederkehrende Herrscherrad. Einer darf auch? Nein, darf keiner mehr. Haben wir alle. Haben alle? Ich hab noch nicht. Peter, Peter! Ja, Peter, dann drück mal schnell. Hab ich hier wieder die Antwort verraten. Das Rad der Herrscher. Das ist richtig. Oh Mann! Ich hatte nämlich noch nicht gedrückt, Jay. Na scheiße. Feind am Lagerhaus. Oder soweit. Du bist zu groß. Oh mein Gott! Alter, war das ein gutes Versteck. Leck mich am Arsch, ey. Auf so einer Kiste oben drauf. Ich hab dich ja gar nicht gesehen. Den mach ich mit. Den hättest du sehen können. Oh, Banken melden Rekordprofite. Im August 2020. Ja, genau so würde es kommen. Wir verfolgen euch hier durchs ganze Land. Ist mir scheißegal. Wir haben euch gleich. Wir haben euch gleich. Wieso seid ihr so schnell? Ich krieg euch! Jetzt holt ihr die Looter doch. Das kann doch jetzt nicht... Na, wir haben sie. Der Bus fährt rückwärts. Ich hab das Schwein von hinten genommen. Peter, ich bin gesendwischen. Peter, Alter, du bist echt so ein Zonomie-ekelhafter Typ. Was hast du denn da? Aua. Wieso kannst du da einfach durchfahren? Ich werde immer komplett weggeprügelt. Wovon? Du bist einfach gerade durch die Dinger durchgefahren. Ich bin durch die Kanone gefahren. Die schießt sich durch. Nee, da waren... Da sind überall Räder bei mir. Da ist bei mir nix vor. Ich hab so viele Räder da. Rechts kippt der Typ wohl uns auf die Schnauze hauen. Ja, rückwärts. Oh Gott, jetzt zieh ich... Nice, du hast ihn überfahren. Perfekt. Stopp. Vorwärts. Der kommt nochmal. Ist der Mr. Stachelhaus? Weiß da gerade jemand? Ja. Nee. Außer dir. Ja. Ich weiß, wo er ist. So richtig stolz. Oh Mann. Erster Todesfall durch Arschwasser in Deutschland. Bestätigt. Oh nein. Deutschland ist auch noch das erste Opferland. Pech oder Anfang von etwas schrecklichem Jahr? Schau mal. Noch einer. Oh mein Gott. Denn es reicht. Das war nicht an dich gerichtet. Eher an mich? Auch nicht an dich. Ist die nicht Stormborn? Ist die nicht Stormwind? Stormwind? Nee, das ist die Stadt aus WoW-Kinders. Achso. Wieso habe ich denn auch Sturmwind im Kopf? Okay, ich schließe die Frage in 5. Wir stehen genau auf dem Zug. Oh, der Zug kommt geradeaus. Links. Oh Gott. Rückwärts einschlagen. Nein, warte nicht. Stopp. Oh Gott, der Zug kommt. Rückwärts, rückwärts, rückwärts. Oh Gott. Das war der Zug. Fahr vorwärts. Fahr vorwärts. Kacke. Der ist gerade runtergesprungen. Okay. Und der läuft gerade wieder zurück. Zurückleißen. Okay. Ausatmen, Bram. Oh nee, Moment. Halt, halt, halt. Nee, Peter. Nee, 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 nee. Nicht reden. Holy moly. Irgendwas muss rüber gehen. Alle tot. Die ganze Welt ist tot. Nur nicht fucking Angola. Wir haben was gewonnen. Jawohl. Wir haben das Battle gewonnen. Hurra. 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 Wir haben vier Looter besiegt. Peter Swinz. Alter, ich werde hier die ganze Zeit gedreht von irgendwelchen Squirt-Matchen. Das war ich. Wie macht man denn den Sprung? Oh, ein besonderer Kniff, oder? Fast ohne Fehler die Map gefahren, ey. Das war ja ärgerlich. Scheiße. Komm doch mal. Yo. Nice. Geradeaus weiter. Oh, Junge. Wat'n Move. Oh, God. Ich glaube, ich bin gestorben. Wir sind gestorben. Leute, die sind jetzt explodiert. Aber gewonnen? Ich weiß es nicht. Wieso? Neun. Die Klappe. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Oh, ich war gar nicht schlecht. Ich war gar nicht schlecht. Oh, Mann. Da kann ich nicht. Scheiße. Ich war nicht schlecht. Oh, Lies. Das ist einfach die Symptome erhöht in der Eröffnung, dass mehr Leute sterben. Ein Infizierter. Meine Fresse. Komm, jetzt verreckt du einer Typ, ey. Der eine Typ, der letzte will nicht sterben. Stirb doch, du blöder Zack. Das kann doch nicht wahr sein. Da. Alle überrundet. Die Bank ist neu gespawnt. Was soll das? Du Hurensohn. Deine Mutter. Du Arschgefickte Wichssau. Alter, was soll das denn jetzt? Ganz ehrlich, hast du kein Problem? Du Spaßi. Junge. Was druckst du mich gegen die Wand? Du Fickfressig. Boah, schweil mal. Jesus Christus, Alter. War deine Mutter mit gebumst. Das war ein nice Manöver. Alter, du Wichser. Alter, wie weit ist ein Bram schon? Der Bram, bleib mal hinten stehen. Der ist im Ziel, der Bram. Mich verarschen. Das war keine Extreme. Das war extrem einfach vielleicht. Wenn wir jetzt geradeaus weiterfahren, würden wir in den See springen. Ein Stück geradeaus. Also fahren wir geradeaus. Fahr, 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 fahr. Ja. Wir haben sie. Ja, wir haben sie schon. Ja. Das ist ja krass. Ja, macht nix. Easy. Ja, damit hat Sepp gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Die Jaysche Krankheit hat gewonnen. Die ist halt auch klapp. Tödlich für alle Menschen außer mich. Ich wünsche es niemandem. Die Jaysche Krankheit hat Ciao. nicht in der nächsten Zeit. Döessen germ羥unsch. Tödlich für alle Menschen außer mich.